DFB erzielt Gewinn aus eigener Kraft, der DFB hat es also geschafft, sich aus eigener Kraft zu sanieren und wieder auf die Erfolgsspur zurückzukehren. Dies ist ein großer Erfolg für den Verband, der in den letzten Jahren mit Skandalen und finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Besonders erfreulich ist, dass der DFB sogar einen Gewinn erwirtschaftet hat, der über das angestrebte Ziel eines ausgeglichenen Haushalts hinausgeht. Dies zeigt, dass die getroffenen Maßnahmen und Sparanstrengungen Früchte tragen und der Verband wieder auf einem stabilen finanziellen Fundament steht. Auch die Tatsache, dass die Nike-Millionen noch nicht einmal geflossen sind, lässt auf eine positive Zukunftsperspektive für den DFB hoffen. Mit diesen zusätzlichen Einnahmen wird der Verband noch mehr Spielraum haben, um in die Weiterentwicklung des deutschen Fußballs zu investieren. Insgesamt ist die finanzielle Gesundung des DFB ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung und zeigt, dass der Verband auf einem guten Weg ist, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.